Hallo und willkommen bei Bolter Blante, Blantes Zweitkanal, hier wo ich mich über alles mögliche rund um mein liebstes Hobby auslasse. Und wie starten wir diesen Kanal? Mit dieser Meldung. Ja, es wird jetzt tatsächlich offiziell Warhammer, speziell Warhammer 40k, wird verfilmt von Amazon. Und das ist an sich, jetzt denkt man sich, also ich dachte mir, also in dem Moment, wo es passiert ist, ja endlich. Weil es war irgendwie nur noch eine Frage der Zeit, denn seit ich jetzt so in das Hobby reingekommen bin, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her, würde ich jetzt sagen. Seit zweieinhalb Jahren bin ich drin und jetzt habe ich mich hier richtig reingesteigert. Also Warhammer wurde irgendwie immer präsenter und ich habe im Alltag auch immer mehr Leute kennengelernt, die das halt auch kennen. Also klar, man hätte eine neue Sache kennengelernt, man hat ein neues Thema und auf einmal ist das... Und deshalb war es für mich halt irgendwie auch nur, bumm, ja, jetzt ist es da, wurde ja auch mal Zeit. Aber das, wie es jetzt dazu gekommen ist und wer das Ganze angeleiert hat, Henry Cavill, Superman, The Witcher, Codename Unkle, da war ja auch noch gut und irgendwie in dem Mission Impossible, aber den habe ich nicht geguckt. Ähm, ja, der gute Henry Cavill, das war ja auch interessant, der, der, hier, ne, all the Superman, ähm, der hat sich ja in den letzten Jahren ja auch öfter dazu geoutet, dass er eigentlich so ein richtiger Nerd ist und da ist man ja immer ein bisschen vorsichtig. Ist das jetzt so Celebrity-Gelaber, ist das, weil das irgendwie so Management sagt, das kommt gut an, weil heutzutage, also ich sage jetzt mal nur Will Smith, also der Hollywood-Star von heute ist ja lang nicht mehr das, was er früher mal war, aber der Will, äh, der Will Smith wollte ich schon sagen, der Henry Cavill, der, äh, weiß ich nicht, der hat irgendwie immer sehr, sehr coole Rollen gespielt, ich mochte seinen Superman wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, The Witcher habe ich eh eine Folge geguckt, war auch brauchbar, aber es war jetzt irgendwie, ich habe es damals jetzt nicht, nicht so Bock drauf gehabt, aber ich mag ihn halt und auch in Interviews und sowas, also klar, das ist, ist nur eine Hollywood-Fassade natürlich, aber er wirkt schon, ich kaufe es ihm ab, dass er ein aufrechter Nerd ist. Ein aufrechter Nerd, der halt, äh, naja, guckt ihn euch an, also das ist ja wirklich ein aufstrebender Gott-Imperator. Ähm, nee, also da, was das angeht, super sympathischer Typ und eben jemand, dem ich auch abkaufe, dass er wirklich im Hobby drin ist. Also er hat jetzt, glaube ich, nicht allzu viel gezeigt von dem, was er macht, aber der scheint wirklich Ahnung davon zu haben und, ähm, ja, scheint auch, naja, schon ewig dabei zu sein. Also er baut sich auch seine eigenen Gaming-PCs auf, zock World of Warcraft, also der ist ja eigentlich Nerd im Körper eines, Gott, eines Space Marines quasi. Ich meine, ist ja schon, ist eine coole Sache. Und jetzt ist er ja, jetzt sind ja die DC-Fans sauer, weil er jetzt als Superman weg ist und ganz ehrlich, auch wenn ich ihn als Superman echt mag, DC, das ganze Cinematic Universe, ähm, es geht mir echt ein bisschen vorbei, keine Ahnung, interessiert mich nicht mehr so richtig und deshalb ist mir auch egal, deshalb, weil Warhammer hat ja meine, war ja meine neueste Faszination. Davor war es DC, aber dann kam Warhammer nach, oder, oder auch Star Wars, aber Star Wars ist ja dann Kacke geworden und dann, zack, bumm, habe ich Warhammer für mich entdeckt und jetzt ist dieses alte Gesicht der olle Superman, den ich mochte, begleitet mich jetzt hier in Warhammer mit rein. Tolle Sache, also an sich tolle Sache und vor allem, da ist jetzt die Frage, was wird kommen? Wir wissen, Henry Cavill, es wird Executive Producer sein und er wird, denke ich mal, auch mitspielen. Ja, aber was wird er spielen und was wird es werden? Also ich denke mal, es werden mehrere Sachen werden, eine Serie, ein Film oder sowas und alles für Amazon. Animiert, Live-Action, also ich würde mir auch, wäre auch total cool, wenn alles nur animiert wäre. Bei Live-Action bin ich echt gespannt, weil das wird echt Geld kosten, sag ich mal, Live-Action Space Marines, äh, zu machen, weil die Rüstung und so, das wird ja, denke ich mal, ganz viel CGI sein, ne? Und, oder was da alles kommen wird, ja, aber was wird kommen? Das 40k-Universum ist riesig und jetzt so, mein Gedanke, wir wissen ja auch, dahinter steckt GW, Games Workshop und die wollen was vermarkten? Hier ihre Space Marines, die wollen sie vermarkten. Also egal, was kommen wird, Space Marines werden auf jeden Fall dabei sein. Jetzt so die Sache, hm, hier steht nur Warhammer, nicht explizit, ähm, Warhammer 40k, oder, obwohl, hier steht es, hier, Warhammer 40k. Jetzt ist so die Sache, ich denke mir zwar, sie wollen wohl sicher irgendetwas im 40k-Universum machen. Aber dazu kam ja dann auch dieses Teaser-Video und wir schauen uns das an und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, warte mal, warte mal, warte mal, das ist doch gar kein 40k, das ist 30k. Ich meine, der Aquila und mit diesen Witzen, das ist jetzt, glaube ich, sogar exakt das, was in den aktuellen Horus-Heresy-Büchern rumgeht, ne? Und erstmal, sehr geil natürlich, der Adler verfällt auf einer Seite, großartig. Ähm, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist 30k. Und ich frage mich halt, also bei 30k könnte man richtig gut verfilmen, denke ich mal. Also, auch was ich mir wünschen würde, wäre, die Schlacht um Kauf. Die Schlacht um, also das wäre, glaube ich, so mein Evergreen. Die Schlacht um Kauf. Mit TH, ne? Und, Junge, was, da würde ich sogar Henry Cavill als Gulliman sehen. Das, das, das wäre wirklich, also, das wäre mein Traum. Und ich denke sogar, das ist sehr wahrscheinlich, denn, wenn es halt wirklich im 30k-Universum ist, wir wollen Space Marines und vor allem, was will GW vermarkten? Ihre verdammten Ultramarines. Und die Schlacht um Kells ist mit den Ultramarines und, ne? Und mit den Worldbearers, ähm, auch noch dabei. Und vor allem, das Ding ist ja quasi so wie das Warhammer, Warhammer-Version von Pearl Harbor quasi. Und, äh, vor allem das ganze Buch spielt ja auch quasi in Echtzeit mit der tickenden Uhr. Also, das wäre absolut der Wahnsinn. Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es das. Ähm, ja, und, ähm, aber jetzt kommt's natürlich, jetzt freuen sich alle. Und ich hab mich natürlich auch gefreut, aber man ist halt, hat ja immer so einen kleinen bösen Beigeschmack, ne? Was ist, wenn das alles blöd wird? Und da hab ich mir so gedacht, scheiße, denn Warhammer wird damit endgültig auch irgendwo ein bisschen im Mainstream ankommen und eventuell ein ähnliches Standing vielleicht irgendwann haben, so wie, oder ein ähnliches Schicksal vielleicht haben, sowas wie Star Wars. Denn auch wenn der gute Henry hier uns gut anlächelt und sowas und ich mir wünsche, dass er uns nicht enttäuscht und er auch eine tolle Arbeit macht und ich mir auch sehr gerne glaube. Die Zeit, die Zeit in Hollywood, ihr wisst doch, das ist immer ein großer Wechsel von Produzent, äh, zu, zu Studio, bla, 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 was auch immer. Da gehen so viele Dinge schief und wer weiß in 10 oder 20 Jahren, was dann aus Warhammer ist. Ich, ich, das wird eine spannende Zeit. Und dazu hab ich, ich, ich würde so gern jetzt in die Zukunft gucken. Aber egal, was ist, ich denke mal, es wird ja auch noch Jahre dauern, bis ja das, bis ja die erste Sache kommt. Bis jetzt freuen wir uns erstmal und, äh, sind einfach mal gespannt, was so die Zukunft angeht und hoffen einfach mal, dass nix dazwischen kommt, wenn, ganz ehrlich, ähm, auch wenn jetzt auch viele sagen würden, ach, die werden das doch eh vermasseln, wie kann man denn 40k gerecht werden? Ach, wisst ihr was, äh, ach, das Universum ist so groß, also die, da, da, da ist immer noch, auch genug, hoffe ich mal, dass auch in späteren Jahren immer noch genug für die eigentlichen Fans dabei sein wird, selbst wenn sie es verkacken, weiß ich nicht, hoffe. Und egal wie, es wird eine neue Interpretation sein, es wird eine neue Inkarnation sein und, äh, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann auch mal sowas wie Astartes in Spielfilmlänge. Und hoffen wir, hoffen wir, dass es wirklich, wirklich gut wird. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge.